Der erste, der jetzt hier hat natürlich noch ein zweites Level Und genau dieses werden wir jetzt angehen Ich denke einfach mal, dass das nicht unbedingt schwerer sein wird Ach, da oben Du bist so ein Opfer, ne? Oh, ich glaube, ich kann den armen Mann da unten abschießen aus dem Fenster Hallo Kommt ein Fall geflogen Okay Also die DLCs gefallen mir Ja, die sind, die sind so schön einfach Genau wie das Hauptspiel Neu Schwierigkeiten Genauso mag ich das doch am liebsten Am Arsch, yo Ich glaube, ich habe das nicht gesehen Hö, ich schieße den armen Mann aus dem Fenster kaputt Ach, du scheiße Ach, du scheiße Ich muss los Ich muss ganz dringend los Hallo Oh Oh Ich glaube, die sind nur zum Trollen da, die Gegner hier Bin tot Oh, hier habe ich mein Ding Okay Ja Also letztendlich Muss ich ja eh den Weg hier gehen Erstmal töte ich die hier Oh, shit Komm, erst in der Winde Komm, nicht du Wo bin ich? 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 Steh doch auf, Alter Ist gut Ist doch gut, Junge, Mann Oh, lass mich in Ruhe Geh weg Scheiße, der Andertaler Ey, äh, 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 der Andertaler Dreckige Scheißpenner hier, ey Geht mal waschen Die halten irgendwie mehr aus Als beim Level davor Sind die irgendwie blau geworden? Die sehen aus wie so Affen Du kleiner Opa Schön von hinten reingestochen Perfekt, perfekt Es ist immer so ein schönes Gefühl Wenn Abkürzungen freigeschaltet werden Es ist einfach so ein Ah, Gefühl Kennt ihr das? So, ah, ah Was macht denn der da? Guck mal, der betet den Toten an Was macht der? Okay, der, der hat keine Ahnung Der, der, der kriegt einen schönen Fall im Kopf Was? Leute, das ist irgendwie scheiße Ihr könnt mich doch eh nicht aufhalten Ah, geil Lecker Ihr seid so scheiße Oder du Wie kann man denn so feige sein? Ich hab keinen Platz mehr im Inventar Das hatte ich ja doch nie Das kann einfach nicht sein Was mach ich denn jetzt? Klar, das ist ein weißes Shitding, Alter Das kann mir aber am Arsch vorbeigehen Aber Ich muss Ich brauch so ein Schrein Ich muss verkaufen Ich muss wirtschaftlen Junge Tut mir leid, mein Freund Aber Mann Das ist gelb Ich will das nicht mehr, Mann Ich will das sommeln Das gibt schließlich alles Wörtvolle Erfahrungen Die kann ich ja opfern Diese scheiß Opferviecher Du bist scheiße Ich hasse deine Mutter Oh Mann, was willst du denn von mir? Ich hab deine scheiß Einkaufsfute nicht Mann, diese ganzen Items Wenn ich jetzt nicht wüsste Wenn ich jetzt nicht wüsste, wo es weitergeht Ich stehe hier Ich wüsste nicht, wo es weitergeht Und dann gibt mir jemand einen Tipp Du musst da lang Da, wo die Item ist Dann wüsste ich nicht, wo lang Da ist Item und da ist Item So eine Scheiße, Mann Was soll ich jetzt tun? So, ich kann endlich verkaufen So eine Scheiße hier So, jetzt könnt ihr erst mal Pissen gehen oder so Ich muss jetzt erst mal verkaufen Und das schneide ich nicht raus Spaß So, da bin ich wieder Äh, war cool Jetzt kann ich endlich wieder Sachen aufheben War schön bei Real Einmal hin, nix mehr drin, ey Schöne Schleichwerbung Und nicht der wieder Mann, ich möchte gegen den nicht immer kämpfen Du bist so ein Affe Du bist so ein Affe Mann Du Scheiß Ich hasse ihn Ich bin Babel Babel Was? Ich bin Sperrmeister Und ich laufe rum wie so ein eckiger Typ Hallo Äh Warte mal Was ballert der mich? Ach, was ist das für... Ich bin eine Mist gefutscht Ach, du Scheiße Okay Du bist so scheiße, Alter Ich finde, dieses Level geht Unglaublich lang Mir kommt das so vor, als ob ich hier schon Tage lang rumlaufe Mann, warum ist schon wieder der? Das ist der gleiche Scheiße Nein, nicht so was Okay Selbst so sterbe ich Aber gut, ich habe auch riskant gesprochen Ah, da benutze ich gerne Items, muss ich zugeben Bei dem, bei dem gerne Oh, eine Quelle Ich hoffe, ich hoffe so sehr So sehr Das ist der zweite DLC Anderes Gebiet Also komplett so Aber das ist ja alles hier Schnee Dass es so ein komplett anderes Gebiet ist Vielleicht eine Höhle oder sowas, was weiß ich Und andere Gegner Ich bitte, ich bitte so sehr Um andere Gegner Weil das ist Weil das ist Die kotzt mich schon so an Diese Schlangenviecher Das ist so langweilig Immer kommt dieser Scheiß-Torban aus dem Arsch gekrochen Ja, äh Oh, ja Gar kein Problem Für mich Also, es läuft Es läuft Locker flockig Was, Boss? Wie? Okay Okay Okay, versuch's Ich sage, was du kannst Der verwandelt sich bestimmt Oh Ich glaube nicht, dass er so bleibt Das ist ja wie ein normaler Ein normaler Gegner Scheiß, ich bin geschwächt Kann ich bitte wieder meine Laufgeschwindigkeit Kinderspiel Du verlierst gerade Ach, jetzt hat er keinen Okay Ist gut Ich nehme einfach Ich nehme einfach so viele Tränke Dann kannst du nichts machen Kannst du mal aufhören? Schlüssel Du bist einfach ein Opfer Also, ich finde ja echt Dass die Level, ähm Ähm, äh Dass die Level einfach von einem Land aus sind Ach ja, die DLC-Gebiete Einfach wunderbar schön Erholsam Aber der Boss wäre halt heftig gewesen Was ist das denn alles, Mann? Oh, ich habe leicht Gänsehaut Ich habe Ich finde einen schon Einen schon scheiße Guck mal, wie viele das sind Oh, geile Sau Oh, also Ich hätte noch einen Platz neben mir frei Also Bitte sei hier oben Bitte, ich will Ja Oh, ich bin nicht da unten Oh mein Gott Hallo Hallo Ich bin's Deine Frau gehört mir übrigens Das ist meine Frau Du hast deine Oma zu tragen, Alter Oh, der zwei Der hat zum alten Opa mit Gehirn Ich lese Wow Wow Warte mal, wie blockt man das ab? Also ich muss sagen Ich muss sagen, interessanter Boss Und den muss ich sogar lernen Ich fang trotzdem mit den Buffs an Der blockt auf jeden Fall viel Jetzt wird's spannend Wie blockt man das? Ich spiel mal erstmal ohne Buffs Weil ich lernen will, wie der funktioniert Da kann ich nicht einfach so So Pimmel lecken bei dem Aber er macht das nicht so weit Er macht das nur so weit, wenn er da Verwandelt ist Guck mal, wie weit er das macht? Er macht das nur die ganze Stash Er macht das nur die ganze Stash Ist gut, ist gut Ist doch gut Wow, ist doch gut Mann Alter Das ist mal wieder ein spaßiger Boss Aber es ist völlig in Ordnung Jetzt fängt er an Jetzt fängt er an Ich sollte mir übrigens die Superattacke holen Nein Dann connectet der das auch noch Der connectet Tod To Instant Tod Weil ich mich nicht bewegen kann Der ist aber wieder so am abnerven Mit blocken und so Kann ich den ablocken? Abbrechen? Wenn er seine Dings macht Also wenn er das macht, kann ich das ablocken? Äh, abbrechen? Also wenn aber Ah, Santos まだ sparkle Guck Fertig Guck 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 die 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 was macht er wieder sein dass ich kann es nicht blocken ich hole mir die supertack jetzt jetzt wollte ich testen ob das geht gut entweder komplett weg oder komplett nase die kombus der macht einfach der macht einfach weiter immer immer hefte weg natürlich natürlich viel zu früh genutzt das war so eine blaue Attacke ist nicht so dass sie da achten scheiße Das war's für mich. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Dieser verfickte Scheiß, Mann. Ich wollte heute vielleicht nicht den ganzen Tag ein Part spielen, Mann. Ich will vielleicht auch noch mal was essen oder so. Scheiß Huchensohn. Jetzt mache ich den Tod. Das reicht mir langsame. Als ob! Alter, du kannst mir mal die Kimmel lecken, Mann. Ja, dodged du mal weg, ey. Hör auf zu reden! Mann. Die ganze Zeit. Ihr sitzt ja schon über 40 Minuten. Warum hat der eigentlich so ein Helm wie Weitbeard? Wie Weitbeard's Bart? Mann! Ach, jetzt kommt wieder das. Ach, ich bin scheiße. Kann ich's machen. Und die Institu... Du Scheiße! Ihr wisst gar nicht, wie lange ich hier schon dran sitze, Mann. Das ist ein sinnloses Stück Scheiße. Er ist eine normale Form, die mich abfuckt. Dann ist er eine scheiß grüne Form, die mich abfuckt. Von der blauen Form braucht man gar nicht reden, ey. Die ist richtig behindert. Da schießt er nämlich seinen ganzen Sperma über die ganze Welt, ey. Das kann ich mir nix noch machen. Jetzt macht er wieder... Guck mal, wie weit das geht. Tod. Und jetzt macht er wieder sein Instant. Auch diesmal nicht. Mann, wie weit geht das denn? Das kann doch nicht sein! Warum kann man dagegen einfach nix machen? Das kann doch nicht sein! Eine scheiß Attacke gegen die man nix machen kann, Mann. Und da dauert das immer so Jahrhunderte, bis dieser... Weil der immer blocken muss. Wie... Huren so. Und dann rennt er immer so penetrant. Das ist so nervig. So, mach deine Scheiße. Natürlich wieder über die ganze Stage. Und natürlich wieder das! Das kann nicht sein! Es ist unglaublich, wie weit das geht. Es ist unglaublich, wie weit das geht. Es ist unglaublich, wie weit das geht. Ich kann... Man kann dem nicht entkommen. Es muss dagegen etwas geben. Ich weiß... Ich weiß... Aber... Nicht... Was! Jetzt war immerhin mal ein Dodge. Ich frage mich... Im TBD Toynack Буд, ob... й... Eine Windkraft wird weniger, ne? Er verliert die Windkraft! Er verliert die Windkraft! Das ist gut zu wissen. Das heißt, ich muss abends nur Zeit rausschlagen. Gut. 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 Bitte verlier deine Windkraft. Was wollte sich das wieder? Wieasto? Ich bin geloched. Ah, ich hab's versucht. Er ist normal, bis ungefähr juläu eg. Dann geht er auf Wind, bis es ist legal, ist ganz kurz normal, geht auf Wasser, bis es ist đó thermal, Wind leer, ganz normal. Ok. Ja, töte mich. Ich geh schon mal zum Eingang. Ja, töte mich. So fang ich gar nicht erst an zu spielen. Könnte gleich knicken. Das ist nicht mal die Hälfte, mein Freund. Ich hab's probiert. 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 Doch. Entschuldig die Spad гл gorgeous. Das reicht mir, Alter. Das reicht mir für heute. Für heute kein Neo mehr. Arschlecken, Mann. Jetzt.